Es ist außergewöhnlich, es ist spektakulär, es ist eine akrobatische Höchstleistung. Das kam einfach so aus dem Instinkt raus. Er war ziemlich dicht dran, der Abwehrspieler, und deswegen habe ich mich in die andere Richtung gedreht und bin nur glücklich, dass er reingegangen ist, sonst hätte ich vielleicht duschen gehen können. Und wir haben gewonnen, und das ist das Wichtigste. Mein Lieber, du hast es dir sehr, sehr verdient, das DKB-Tor des Monats Oktober. Rune Damke! Applaus